Die Zeiten haben sich geändert, auch bei den HiFi Audio Kassetten. Jetzt kommt es nicht mehr aufs Band an. Jetzt kommt es auch nicht mehr auf die Länge des Bandes an. Jetzt kommt es auch nicht mehr auf die aufgenommene Musik an. Nein, jetzt kommt es einzig und allein auf die OSA HiFi Kasi OS1 an. Sehen Sie genau hin. Jede Kassette wird auf Herz und Spulen geprüft, bevor sie unsere Fabrik verlassen darf. Extremste Belastungen, mechanisch, chemisch und akustisch, werden mit modernsten Geräten überwacht und stellen so die Einzigartigkeit unserer OSA HiFi Kasi OS1 unter Beweis. Benutzen Sie die OSA HiFi Kasi OS1 im Auto, im Walkman, beim Frühstück oder wo auch immer. Sie werden begeistert sein. So, und jetzt brauchen Sie die OSA HiFi Kasi OS1 nur noch zu kaufen. Im Einer Pack fast geschenkt. Und wenn Sie mehr kaufen, wird es noch billiger. Das war die OSA HiFi Audio Kasi 1.